Im Weltergewicht versammeln sich derzeit einige der besten Boxer und die Krone der Gewichtsklasse ist hart umkämpft. In diesem Video stellen wir die amtierenden Champs und ihre härtesten Rivalen vor. Los geht's! Errol Spence Jr. kann nicht nur eine blütenweiße Statistik mit 26 Siegen in 26 Fights vorweisen, sondern besitzt auch noch eine vernichtende K.O.-Quote mit 21 vorzeitig beendeten Kämpfen. Nicht von ungefähr hält der US-Amerikaner die Weltmeisterschaften der WBC und IBF. Spence Jr. erlebte eine Karriere auf der Überholspur, bis ihn im Oktober 2019 ein schwerer Autounfall ausbremste. Am 21. November bestreitet er seitdem wieder seinen ersten Kampf gegen Ex-Champ Danny Garcia. Es verspricht ein verdammt heißes Duell, um die Krone im Weltergewicht zu werden. Manny Pacquiao gilt als bekanntester Name im Welter und mit WM-Titeln in acht verschiedenen Gewichtsklassen ist der Philippiner eine lebende Legende. Bevor sich der 41-Jährige aber in den Ruhestand begibt, wird der Pac-Man noch zwei Kämpfe bestreiten. Ganz oben auf der Wunschliste stehen dabei der Rückkampf mit Floyd Mayweather und ein Crossover-Fight mit MMA-Legende Conor McGregor. Als Plan B will es Pacquiao dann mit Errol Spence Jr. aufnehmen. Der amtierende WBO-Champ Terence Crawford schielt ebenfalls auf ein Duell mit dem heiß begehrten Spence Jr. Diesen fordert Crawford seit seinem Aufstieg ins Weltergewicht immer wieder heraus. Doch so recht will es mit dieser hochkarätigen Begegnung noch nicht klappen. Dabei weist er ebenfalls eine glänzende Statistik mit 36 Siegen in 36 Fights auf. Auch seine K.O.-Quote von 65% spricht für einen ansehnlichen Kampf gegen Spence Jr. Hinter diesen amtierenden Weltmeistern lauern allerdings drei Ex-Champs auf ihre Chance, sich zurück ins große Rampenlicht zu boxen. Danny Garcia könnte diese Chance schon bald wahrnehmen, wenn er am 21. November Errol Spence Jr. bezwingen würde. Keith Thurman will nach einigen schweren Verletzungen und seiner einzigen Profi-Niederlage gegen Manny Pacquiao wieder voll angreifen. Da ist Sean Porter schon einen Schritt weiter, denn durch seinen Sieg über Sebastian von Mellar ist er nun der Pflichtherausforderer der WBC und IBF. Damit ist es gut möglich, dass er als nächstes mit dem Sieger des Duells zwischen Spence und Garcia zu tun bekommt. Wer hat für euch die Nase im Weltergewicht vorn? Schreibt es uns in die Kommentare. Legt euch die aktuelle Boxsport-Ausgabe zu, in der wir die Situation im Weltergewicht auf vier Seiten beleuchten. Für Magazin-Abonnenten ist die Story natürlich schon ein alter Hut, denn sie bekommen jede Ausgabe direkt nach Hause geliefert. Das wollt ihr auch? Dann schließt jetzt ein Abo ab und sichert euch einen 25 Euro Gutschein für den Online-Shop von Sportart3 als Dankeschön obendrauf.